Klimaschutz darf auch in der Corona-Krise nicht auf die lange Bank geschoben werden. Dieses Signal ist jetzt vom Petersberger Klimadialog ausgegangen, dem als internationales Gesprächsforum in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zukommt nach der Absage der diesjährigen UN-Klimakonferenz. Vor allem Gastgeberin Angela Merkel hat den Dialog jetzt genutzt, um sich hinter das Klimaschutzziel der EU-Kommission zu stellen. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen in der EU stärker gesenkt werden als bisher geplant. Bis 2030 statt um 40 um über 50 Prozent im Vergleich zu den Emissionen von 1990. Es ist eine Vorlage, um trotz Pandemie auch verstärkt gegen die Erderwärmung anzukämpfen. Vieles verändert sich in diesen Tagen. Sogar der Berliner Zoo hat wieder geöffnet. Klimaaktivisten befürchten dagegen, dass es bei den Klimazielen nicht so richtig vorangeht. Der Petersberger Klimadialog soll da helfen. Gastgeberin Angela Merkel will trotz Corona-Krise an den EU-Zielen für den Klimaschutz festhalten. Umso wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, immer den Klimaschutz ganz fest im Blick zu haben und deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren und dass wir nicht nur an uns national denken, sondern dass wir auch unsere internationalen Verpflichtungen weiter stark nach vorne bringen, weil das essentiell dafür ist, dass wir einen globalen Erfolg im Klimaschutz haben. Deutschland will ab Juli den sogenannten European Green Deal stärken, verspricht die Kanzlerin. Denn dann übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. UN-Generalsekretär Guterres sieht diese Krisenzeit sogar als Chance. Wir haben nun die seltene Gelegenheit, unsere Welt umzugestalten, zum Besseren. Wir sollten die Corona-Krise dazu nutzen, die Welt zu einem sicheren und gesünderen Platz zu machen, für alle. Der Generalsekretär teilt die Sorgen der Umweltbewegung Fridays for Future, nämlich, dass in der Corona-Krise Geld in die Förderung umweltschädlicher Industrien fließen könnte, statt in nachhaltige Technologien. Unsere DW-Korrespondentin Melinda Crane beobachtet die Entwicklung für uns. Melinda, was hat Angela Merkel denn dazu bewegt, jetzt inmitten der Corona-Krise verstärkt auch gegen die Klimakrise ankämpfen zu wollen? Ich denke, es sind vor allem zwei Dinge. Erstens, die Kanzlerin ist eine Pragmatikerin, nicht gerade visionär, aber geschickt, wenn es darum geht, eine Chance zu ergreifen. Und wie wir gerade in dem Beitrag vom UNO-Generalsekretär gehört haben, in dieser Krise liegt auch eine Chance. Es ist eine Möglichkeit, vor allem in zwei Hinsichten zu gestalten. Erstens, es werden jetzt Billionen ausgegeben von Regierungen, von multilateralen Organisationen für einen wirtschaftlichen Neustart. Und da kann also nicht nur Deutschland, sondern da können die Weltregierungen und Organisationen auch wirklich für die Zukunft gestalten. Zweitens, die EU, die deutsche Ratspräsidentschaft, bietet für Deutschland auch eine Möglichkeit, jetzt eine gestalterische Rolle zu spielen. Zweitens, die Kanzlerin kann jetzt gerade wegen der Corona-Krise mit breiter Unterstützung für eine ambitioniertere Klimapolitik rechnen. Erstmal von der Wirtschaft. Wir haben jetzt gesehen, dass 68 der wichtigsten deutschen Firmen tatsächlich aufgerufen haben, eine ambitionierte Klimapolitik zu einer zentralen Säule der Erholungsprogramme zu machen. Deswegen, weil sie klare Investitionssignale haben wollen. Sie brauchen eine klare Perspektive, wie sie ihre Gelder in Zukunft investieren wollen. Sie möchten nicht, dass sie jetzt Gelder investieren, die sie dann in zehn Jahren vielleicht wieder neu investieren müssen, weil die Klimakrise erst dann bekämpft werden sollte. Und öffentliche Akzeptanz. Wir haben alle gerade erlebt, wie eine Krise aussehen kann. Wir haben Erfahrung gemacht mit den Schäden, die dadurch entstehen. Die Schäden, die durch eine weitere Klimaerwärmung entstehen werden, sind viel, viel höher als alles, was wir jetzt in der Corona-Krise erlebt haben. Und dadurch ist, denke ich, auch die breite Öffentlichkeit vielleicht etwas offener für wirklich ambitionierte Ziele. Blicken wir auch auf internationale Ziele. Mit dem Green Deal der Europäischen Kommission soll Europa ja sogar der erste klimaneutrale Kontinent werden. Wie erfolgversprechend ist dieses internationale Ziel denn jetzt noch inmitten der aktuellen Krise? Bisher war der Green New Deal zum Teil eher ein etwas nebliges Programm als wirklich ein klarer Weg für die Zukunft. Das könnte sich jetzt ändern, aber die Kanzlerin sprach heute mit Recht von harten Verteilungskämpfe, die auf uns zukommen. Denn in Europa haben wir zwei Länder, die gerne vorpreschen wollen, wie Deutschland es jetzt gesagt hat. Und die meinen, dass Europa vielleicht sogar ein Vorbild sein kann, auch wirtschaftlich, wie eine klimaneutrale Wirtschaft gestaltet werden kann. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Länder wie Polen, die von Kohle abhängig sind und die keinesfalls so schnell sich bewegen wollen. Von daher, also es wird sicher eine lange und harte Debatte sein in Europa, wie diese Green New Deal mit Leben zu füllen ist. Sagt Melinda Crane. Vielen Dank für diese Einschätzung. Die Wirtschaft in Europa wiederum kann ja inmitten der Corona-Krise auf groß angelegte Konjunkturprogramme hoffen. Die große Frage aber bleibt, ob die Milliarden, die die Wirtschaft wieder ankurbeln sollen, auch wirklich klimafreundliche Strukturen fördern. Die einen sehen die Chance für eine Klimawende tatsächlich so groß wie nie, andere dagegen sind eher skeptischer. Der größte Autobauer der Welt, Volkswagen, fährt seine Produktion wieder hoch. Langsam. Die Corona-Pandemie hat den Konzern Milliarden gekostet und die Zukunft sieht keineswegs rosig aus. Wir haben schon Sorge, dass natürlich jetzt nicht das Auto und nicht der erste Gedanke vieler unserer potenziellen Kunden ist. Und wir würden uns deswegen freuen, wenn sich die Politik mit dem Gedanken auseinandersetzen könnte, eben auch für Konsumanreize zu sorgen. Staatliche Förderung für den Autokauf? Wollte man nicht weg vom Verbrennungsmotor? Wie sieht es nun aus mit dem ökologischen Umbau der Wirtschaft, jetzt, da viele Firmenkassen leer sind? Am Montag hat ein breites Bündnis von fast 70 in Europa tätigen Unternehmen aufgerufen, Konjunkturprogramme mit Klimaschutz zu verknüpfen. Darunter auch klassische Industrieunternehmen wie ThyssenKrupp oder Bayer. Sie hoffen, dass die europäische Wirtschaft einen Modernisierungsschub erfährt. Zum Beispiel durch den massiven Ausbau erneuerbarer Energien oder Investitionen in ein Ladenetz für E-Autos. Und bei uns im Studio ist jetzt Kerstin Schweitzer aus unserer DW-Wirtschaftsredaktion. Wie realistisch, Kerstin, ist das denn jetzt, dass sich die Wirtschaft nach der Corona-Krise wirklich klimafreundlicher und grüner ausrichtet? Also interessant wird es ja immer, wenn man ins Detail geht. Wenn es konkret wird, nehmen wir zum Beispiel die Lufthansa, ein Konzern in großer Bedrängnis. Die Lufthansa wird jetzt wahrscheinlich 9 Milliarden Euro bekommen, Staatshilfe. Gestritten wird derzeit darüber, inwieweit der Staat für sein vieles Geld auch Mitspracherechte haben wird. Von Auflagen in Richtung Umweltschutz hat man bislang wenig gehört. So ähnlich wird es auch beim Tourismus laufen. Das ist ja auch eine sehr wichtige Branche, von der Regionen, ganze Länder abhängen. Und es wird wahrscheinlich alles getan werden, um diese Gäste zurückzuholen. Das ist ja auch verständlich. Also zurück zum Status quo von einer Umgestaltung in einen umweltfreundlichen, klimafreundlichen Tourismus hört man bislang nicht. Also ist die Gefahr tatsächlich einfach zu groß, dass es gerade aktuell eher nur darum geht, irgendwie Jobs und die Industrien zu retten und eben doch nicht an grüne Maßnahmen zu denken? Man muss sich klar machen, dass wir uns in einer Notlage befinden werden. Also wir werden eine Rezession, eine schlimme Rezession schlittern, höchstwahrscheinlich womöglich in eine weltweite Depression. Und da ist natürlich der erste Reflex am Leben zu bleiben, sich an die alten Strukturen zu klammern. Unternehmen wollen überleben, Menschen wollen ihre Arbeit behalten, Politiker wollen wiedergewählt werden. Und Staaten denken erstmal an sich. Und ja, nehmen Sie zum Beispiel die deutsche Autoindustrie. Kaum ist die Krise da, ist schon wieder von Kaufprämien die Rede. Umweltpolitisch ist das natürlich unsinnig. Aber ich habe noch keinen Politiker gesehen, der seine Schlüsselindustrie hängen lässt, wenn es um Jobs geht. Wie bewerten Sie denn vor all diesen Hintergründen die Initiative von fast 70 Unternehmen in Deutschland, die sich jetzt mit der Forderung nach mehr klimapolitischen Maßnahmen, nach mehr Klimafreundlichkeit an die Politik gewandt haben? Ja, das ist eine interessante Initiative. Fast 70 Unternehmen, die europaweit tätig sind, richten einen Appell an die Politik, die Hilfsmaßnahmen mit Klimaschutzmaßnahmen zu verknüpfen. Und dabei handelt es sich nicht um grüne Start-ups, die davon profitieren würden, sondern um alte Industrie, um Stahl, um Energiekonzerne. Also Konzerne, die bislang eher als Bremser aufgetreten sind. Warum machen die das? Vielleicht, weil sich die Erkenntnis schon durchsetzt, dass die Klimakrise im Vergleich zur Corona-Krise größer sein wird, noch größer sein wird. Und man jetzt die Chance nutzen möchte, den nötigen Umbau mit viel staatlicher Unterstützung bewältigt zu kriegen, dass jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, sich auf das Gleis zu setzen, was später in die Zukunft führen wird. Sagt Kerstin Schweitzer. Vielen Dank für diese Einschätzung und Information.